Wo ist er? Wo ist dieses Dummelstück? Scheiße! Ach, da bist du! Aber eins musst du wissen. Mit dir! Bin ich noch nicht fertig geworden? Oh ja! Oh! Hm. Wie füge ich dir jetzt am besten Schmerzen im höchsten Maße bei? Da muss ich mal überlegen. Hm, na ja. Probieren wir es mal damit. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh, eben! Noch nicht! Noch kommst du nicht in den Müll. Davor erfährst du den exorbitanten Schmerz deines Lebens. So langsam erfüllt sich die Befriedigung und so langsam befriedige ich mich mit Erfüllung. WHAAAA? Oh! YLE! WHAAAA? Telefant!